Herzlich Willkommen zurück zu deinem Let's Play Landwirtschaft Simulator. Weiterhin hier mit Kabi. Jo. Ja, Kaufen und Ausgabe. Sind wir richtig? Hier. Kaufen, Plettigen, Sechs Kühe. Und was ich hoffe für Landwirtschaft Simulator, dass es diese Aufträge, die es gibt im Singleplayer, auch diesmal für Multiplayer geben. Nein, ich glaube nicht, dass sie das hinkriegen. Warum nicht? Ist doch eine ganz neue Engine, ist doch alles neu. Weiß nicht, ich glaube nicht dran. Bayern München hat gegen Hertha 0-0 gespielt. Oh Gott! Na gut, hatten wir gerade Champions League, ne? Ja, irgendwann schwindet auch die Kraft und dann sagst du dir, hey, ich bin sowieso schon Meister. So rechnerisch noch nicht, aber kommt Leute, wer soll denen das doch wegnehmen? Ja? Wenn dann, dann kommen nochmal die restlichen Reserven, dann heißt es hier, krieg 100.000 mehr, wer jetzt das Spiel gewinnt. Nein, und dann geht es doch einfach darum, ist ein Punkt mehr, alles klar, passt. Wir sind sowieso ganz oben. Energie sparen, weißt du was ich meine? Ja, Champions League ist das, was Geld bringt. Richtig, du musst mal überlegen, wenn wirklich der alte Mann mit seiner Mannschaft den Tribble holt, ne? Dann bricht die Welt zusammen. Ich glaub's, ich bin, ich glaub's wirklich. Nein, Leute, nein. Eigentlich nicht möglich. Ich weiß nicht, wieso, ich glaub dran. Ich kann's nur, ich weiß nicht, ich trau dem alten Sack alles zu. Ich trau dem das auch zu, Kabi, aber die Mannschaft lässt es nicht zu. Dann wären sie blöd. International sind sie nicht gut aufgestellt, das muss mal klipp und klar sein. Jetzt sind sie, was war das jetzt, Achtelfinale, oder? Ja, jetzt kannst du nochmal deinen Satz wiederholen, weil ich hatte gerade mal wieder diesen Leck. Was hab ich gesagt? Äh, jetzt haben sie ja gegen diese Bergamo gespielt, glaube ich, haben sie 6-0 gewonnen, dann müssen sie jetzt nochmal ran, oder? Rückspiel. Hatten sie schon. War schon. Achso, dann sind sie jetzt ja im Viertelfinale, oder? Richtig. Dortmund auch. Dortmund ist auch weiter. Wir sind alle weiter. Was würde mich das jetzt kosten, wenn ich die Kühe so kaufe? Nein, ich fahr lieber. Du fährst bitte. Ja, wir wollen es nicht übertreiben, nur weil wir da über eine halbe Million haben. Ähm. Machen wir jetzt auf 100 Kühe, oder? Ja, kauf erstmal, dann sehen wir, was wir ausgeben. Ich hab jetzt 72, also jetzt sind es 72, wären jetzt so 28 Kühe. Ja, fahr doch einfach, dann sehen wir doch, was du ausgegeben hast. Vielleicht machen wir auch ein bisschen mehr. Ähm. Was ich einfach da drinnen sehe, ist einfach, dass Paris wirklich extrem gut ist. Gut, haben wir gegen Real verloren gehabt, die erste Runde. Rückrunde weiß ich noch nicht. Ähm. Oder hab ich mich absolut nicht drum gekümmert, Leute. Und ich muss ganz ehrlich sagen, gegen Real zu spielen oder gegen Barca, das ist schon derbe, Leute. Bitte stellen Sie Formel 1 Fragen vor, oder? 24 da? Haben sie schon, am 22. Oh, scheiße, verpasst. Und? Mercedes blöft. Wie blöft? Ja, Mercedes hat nichts großartiges geändert an seinem Auto. Der ist ein bisschen schmaler hinten und das war's. Alle haben irgendwo kleine Flügel und was weiß ich nicht alles Mercedes gar nicht. Also Mercedes blöft mal wieder bis zum ersten freien, bis das erste Training ist. Also die ersten Testtage, dann wirst du sehen, was die in einem Auto haben. Mercedes hat das Auto nicht in voller Pracht dargestellt. Genau wie Ferrari und Red Bull und so auch nicht. Das siehst du einfach. Alle spielen mit verdeckten Karten. Äh. Ich bin zur Zeit viel mehr auf Formel E getrimmt. Keine Ahnung. Mich hat die Formel E extrem gepackt. Find ich mega interessant, die Formel E, Jan. Äh, Kami. So interessant. Weil die halt jetzt ohne Hack-Spoiler fahren, ne? Die Formel E. Die entwickeln den Anpressdruck anders. Ähm. Weil die haben ja jetzt auch diesen Halo. Aber dieser Halo ist in den Formel, in diesen Formel-Warner, ist ja die Formel E ja in dem Sinne, integriert. Also das sieht aus, als wenn das eine Linie wäre, dieses Teil. Das sieht so gut aus, Kami. So Zukunft, dieses Auto. Puh. Ich glaube, dass die Formel 1 ein Megaproblem kriegen wird, wenn sie nicht so langsam ein bisschen mehr zukunftweisender werden. Und ich muss nicht ein E-Motor haben. Ich muss nicht dies, ich muss nicht das. Sondern das Auto muss sich mal verändern. Ich glaube, dann haben sie bald den Zug verschlafen, Kami. Meine Meinung. Aber gut. Ja. Die Formel E hat sich an den Halo angepasst. Um einfach das Design zu verändern. Weiß, dass das alles nicht so schäbig aussieht. Einfach so angepasst, Kami. Ich verstehe nicht, warum macht die Formel 1 es denn nicht? Da sitzen Milliarden. Nö. Mercedes und alle gehen in die Formel E. Leute, die Formel 1 wird sterben. Mit Hundertprozentigkeit. Nicht in ein Jahr, nicht in zwei Jahren. Aber in ein paar Jahren wird es keinen mehr interessieren. Wirklich nicht. Weil es immer gleich ist. Seit 20 Jahren, Kami. Es hat sich nichts geändert. Ich bin immer für was Neues offen. Und das ist das, was mich vielleicht auch so... Was mich einfach an solchen Motorsport-Sachen einfach extrem reizt. Einfach diese Veränderung, die da stattfindet. Ich mag es auch lieber, wenn es brummt und richtig knallt, Leute. Und fehlen Zünder. Aber jetzt seid doch mal ehrlich. Man, die Formel 1 macht... Mehr hörst du doch auch nicht mehr vom Prinzip. Ähm, ja. Also wenn ich das dann mit einer GT3 vergleiche... Ja. Scheiße. Wie, den Tabak kann ich gar nicht abernten mit dem normalen Schneidewerk? Stimmt ja. Nicht? Naja, da muss ich dann noch das andere Schneidewerk machen, glaube ich. Oder ist es noch nicht fertig? Das könnte auch sein Feld 17. Aber ich gehe erstmal Sane. Also für mich ist es einfach zur Zeit so... Ich möchte gerne mal was Neues sehen, so allgemein. Zum Beispiel, wenn ich mir so ein... So ein... GT3-Challenge angucke, Alter. Das Ding, das ist laut, Alter. Das knallt dir die Ohren weg und... Ja. Klar, wir müssen hier nicht über den Speed einer Formel 1 reden. Wer sagt, die Formel 1 ist langsam, Alter. Dann hast du dir seit Jahren die Formel 1 sich nicht mehr angeguckt. Es gab noch nie so eine schnelle Formel 1. Also das muss man jetzt auch mal klipp und klar sagen, ne? Also zeitmäßig ist das ja wirklich ein absolutes Wahnsinn, was da... Bei rumkommt. Äh, aber... Ich vermisse schon den Sound so ein bisschen, Kavi. Irgendwie. Formel E erwarte ich ja keinen Sound. Und ich weiß ja, ich gucke eine E-Motorsport. Aber Formel 1... Ich weiß nicht, Leute. Keine Ahnung. Zurzeit bin ich so unentschlossen, was damit zu tun hat, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich finde, die Formel 1 ist immer noch eins der schönsten Motorsport-Ereignissen für mich. Aber, ähm... Ja, wenn du dann dir so andere Rennsport anguckst, dann sagst du dir... Ja, Alter, wo bleibt das knallen? Wo ist das? Boom! Baff! Und... Und... Weißt du, Kavi, was ich einfach meine? Das ist so... Ja, ja, ich weiß schon. Die Formel 1 ist... Wie soll man das? Zu brav. Verstehst du? Einfach zu brav. Als wenn das die... Es ist die schnellste Motorserie, die wir haben. Und... Und... Die ist so lieb. Und... Und so... 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 Feinfühlig. Und... Ja, und wenn dann die Fahrer mal was machen, was dann so richtig absorb ist, wo wir dann einfach sagen, ey, Alter, Alter, was machst du? Strafe. Dann... Hä? Warum? Warum kriegt er jetzt eine Strafe? Das... Das macht keinen Sinn. Du verstehst, was ich meine, ne? Das ist so... Wo... Wo... Ähm... Wer heißt der? Max Verstappen da so abgekürzt hat. Er hat abgekürzt. Ja! Aber er hat was gemacht, wo wir alle gejubelt haben. Er hat einfach den Stock aus dem Arsch genommen und hat einfach was gewagt. Und es hat funktioniert. Und warum sollte er bestraft werden? Ja. Oder... Wo wir uns die Zeitlupe angeguckt haben von Max Verstappen, Räikkönen und Vettel. Ja, genau. Vettel eigentlich gar nicht schuld war. Das ist alles komplett an Räikkönen schuld war, weil Räikkönen hat rüber gelenkt. Nur mal so zur Info mit dieser Dreier-Kamulage. Könnt ihr euch auf YouTube genau angucken, nehmt euch das Video von Räikkönen. Und daran kann man das dann genau sehen, wie die Lenkeinschlag der einzelnen Personen ist. Beide haben gerade gelenkt. Max Verstappen und Sebastian Vettel und Räikkönen hat leicht gelenkt. Und hat zu wenig Platz gelassen. Und hat dann dadurch in dem Sinne die Kamulage verursacht. Aber das ist ja auch, ja... Keine Ahnung, dass wir über YouTube mehr herausfinden, wie da die FIA. Naja. Finde ich dann auch immer, oder... Ja, die Berührung war ja damals dann erst bei Räikkönen und dann ist er... Hat Max Verstappen rübergerissen und dann ist er in Vettel rein und Vettel ist weggerutscht und hat in Räikkönen dann auch abgeschossen. Ja, das ist halt... Für mich ist es ein Rennunfall. Es ist vollkommen okay, was da passiert ist. Und darüber muss die Formel 1 auch mal lernen, gar nicht so lange zu diskutieren oder lammetieren, sondern sich dann auf die laufenden Sachen zu konzentrieren, die da gerade passieren. Wie, was ist mit den Hinteren? Warum werden immer nur uns Zeiten angezeigt von den Vorderen? Ich will sehen, was ein Hülkenberg hinten macht. Holt er auf? Holt er nicht auf? Was macht ein... Ein Peres? Dreht er wieder völlig durch und holt alle ein? Viel mehr Zeiten will ich sehen. Ich will viel mehr sehen. Nein. Ihr verbietet mir, dass ich das alles sehe. Warum? Verstehe ich nicht. Grafisch nicht. Ihr wollt, dass ich mehr integriere in die Formel 1, viel mehr daran teilhabe? Ja, dann geht doch bitte bei und gebt mir auch alle Zeiten von jedem. Verstehe ich nicht. Also... Gegen früher auch. Gegen früher auch, genau. Früher wurde dann eingeblendet. Der und der holt auf den und den auf und dies und jenes. Du hast immer unten was zum Einblenden gehabt. Ich weiß nicht, ob sich Leute beschwert haben, denen das zu viel war oder so. Also die Leute, die sich dann beschwert haben. Entschuldigung, dann hattet ihr keine Ahnung. Meine Meinung. Ihr wollt doch auch, wenn ihr das Spiel FC Bayern Dortmund guckt, dann interessiert euch doch auch in dem Augenblick, was die Parallelspiele machen. Und Sky oder so blendet euch dann oben rechts ein. Hamburg hat gerade Tor geschossen, sage ich jetzt einfach mal. Und ihr könnt es trotzdem sehen bei eurem Lieblingsspiel. Ist doch richtig so, Kabi, oder nicht? So. Ihr könnt dann sehen, was dann gerade passiert. Aber warum machen wir das nicht bei der Formel 1? Mich interessiert doch nicht nur ein Hamilton und ein Vettel, wenn die vorne wegfahren. Also das interessiert mich nicht nur. Mich interessiert das ganze Formel 1-Geschehen, was da passiert. Hm. Also, ja. Wenn man jetzt überlegt, Mercedes ist jetzt aus der Tourenwagenmeisterschaft rausgegangen, also aus der DTM. Und geht mit den Geldern lieber in die Formel E nächstes Jahr. Ja, dann haben wir bald auch keine Tourenwagenmeisterschaft mehr. Ja. Jetzt sagen viele, ja, aber Audi ist doch noch drin. Leute, Audi ist auch schon in der Formel E. Ja, die unterstützen ja das Abteam. Weil das die Zukunft ist. Ja, richtig. Das ist einfach die Zukunft. Das muss man kripp und klar sagen. Warum soll ich Geld investieren in ein Ding, wenn es irgendwann mal nehmsten keine Verbrennungsmotoren mehr geben sollte? Weil das ist ja der Weg. Oder der Sinn der Sache. Also investiere ich einfach mein Geld. Genau. Ich mache mich in drei verschiedene Sachen, sondern konzentriere mich auf die E-Version. Ja, was ja auch Sinn macht in dem Sinne, weil wenn du in E investierst, investierst du auch gleich bessere Technologie später in deinen Straßenfahrzeugen. Ja. Deine Serienproduktion und die bringt das Geld. Und die bringt das Geld, genau. Deswegen gab es ja die deutsche Tourenwagenmeisterschaft, um Entwicklungen in den Motor... Oh, scheiße. Jetzt habe ich hier ein Feld kaputt gemacht. Na, klasse. Äh, um die Tourenwagenmeisterschaft, äh, die Entwicklung, die dann ins Straßenauto zu bringen. Ja. Was ja jeder macht in dem Sinne. Oder guckt euch Mercedes an mit dem neuen Mercedes-Projekt mit AMG, wo der Formel-1-Motor drinne ist. Leute, wenn das Ding auf die Straße losgelassen wird, dann Prost Mahlzeit. Okay. Und der kostet, ne? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Das Ding wurde veröffentlicht und war schon ausverkauft. Wundert mich nicht. Ja. Ja, weil Zukunfts, äh, auch zukunftweisend ist dieses Auto, ne? Das muss man ja aussagen, also. Und man muss ja auch mal überlegen, wie gut das Rückgewinnungssystem in einem Formel-1-Wagen schon ist und wie es und was alles VW dieses Jahr und nächstes Jahr rausbringen wird mit Audi und Mercedes, Alter, da kann ein Tesla einpacken, Leute. Glaubt es mir. Sind zu klein. Das ist das Problem mit Tesla. Ne, weißt du, was Tesla einfach für ein Problem hat? Die, die Verarbeitung ist nicht gut. Tesla's Qualität hat extrem nachgelassen. Muss mal auf YouTube gucken, wie viele Leute sich beschweren. Spaltmaße sind scheiße und was weiß ich nicht alles. Aber gut. Es ist halt, wenn du die ganze Zeit deutsche Autos gefahren hast. Jetzt will man hier nicht die deutschen Autos nur hochleben, Leute, oder ich schweige irgendwas anderes. Aber wenn du ein vernünftiges Auto gefahren hast, wo die Spaltmaße und alles vernünftig passt und gute Qualität hast, und dann kriegst du ein Auto, was keine gute Qualität mehr hat, dann merkst du schon den Unterschied. Da muss ich kein Mercedes oder kein BMW oder Audi kaufen, sondern andere Marken können das auch. Aber um einfach das mal zu erwägen. Warum kann ich denn den Tabak jetzt nicht abbauen damit? Braucht man für das andere Schneiderwerk? Ja, da brauchst du das Schneiderwerk für Mais. Okay, dann muss ich diese Schneiderwerk kann ich dann schon mal zum anderen Feld bringen, oder ich mache gleich den Tabak. So, ich habe gerade unsere hundertste Kuh auf dem Wagen. Na schön. Dann haben wir jetzt 100 Kühe. Exakt, 100 Kühe. Habe ich jetzt gerade Passwörter gezeigt? Nein, ich habe keine Passwörter gezeigt, ein Glück. So, äh, ich sage wieder vielen Dank fürs Einschalten, Leute. Wir hören uns morgen wieder. Jo. Ja, morgen geht es weiter hier. Bis Ende, tschüss. Tschüss. Das war ich gerade gerade.